Was ist das? Auf YouTube Auf TikTok Auf Instagram Auf Instagram Darf der Kevin spielen? Was ist das für ein Trend? Hab ich irgendwas verpasst? auf meine meine mutter mama kannst du mir vielleicht die milch dahinten geben ist ein brot mit nudeln und mit einfach überall okay okay wisst ihr was wir beenden die ganze sache jetzt wir beenden es da ich nicht will dass kevin spielen kommt andere leute es aber schon wollen frage ich in diesem video 100 fremde leute ob kevin spielen kommen darf und wenn mehr als 50 prozent ja sagt dann dann habt ihr gewonnen okay dann hat dann darf er kommen ja ich verstehe es die leute einfach mal darf der kevin spielen kommen dann halt darf der kevin heute spielen kommen bis jetzt wollte mich eigentlich komplett kevin heute kommen darf spielen 1 2 3 4 punkt gustav ich bin eine katze du bist kein was ist denn das okay es hat endlich funktioniert nach fünf stunden wir heißen jetzt darf der kevin spielen kommen vier da hätte ich auch früher drauf kommen was ist das ich verstehe es nicht niemand mag die zahl 4 profilbild eingestellt und jetzt werden ein paar random leute angeschrieben am besten wenn wir auf der offiziellen deutschen instagram seite gehen dann auf das letzte bild gehen und dann einfach random leute anschreiben die etwas kommentiert haben da da die wahrscheinlichkeit am größten ist dass die die accounts aktiv sind und wir zumindest auch eine antwort zurück kriegen also erster kandidat von 19 minuten schreibt altra bala 7 ein auto darf der kevin spielen kommen und dann noch ein schönes bild von die hinzufügen aber natürlich nur wenn du damit einverstanden bist nein bin ich nicht ich verstehe es nicht alter 1 von 100 weiter geht's mach mal etwas schnellere musik an immer noch zu langsam ich wollte was von dir wenn der kevin so gerne mit mir spielen will splash nein so war das eigentlich nicht gemeint doch so war das was ist das gehen nicht zusammen und schon gar nicht mit augen auf den ohren weiter geht's einen brieffreund freundin schaut gerne vorbei guppadresse ich wusste nicht dass das so einfach ist dass der ich weiß nicht ob man so auf die antwort altra bala du schon wieder und du hast noch mal ein auto kommentiert wieso altra und schon mit dein auto emoji was ist dein problem so 100 leute habe ich angeschrieben und jetzt warten wir eine woche nein na klar äh ok ja klar fahrschule ludwig warum junge warum tust du mir das an ludwig nein lach emoji lach emoji es ist 12 uhr nachts ich habe gerade einen horrorfilm geschaut und werde auf einmal von irgendein typen auf instagram angeschrieben der mich fragt ob kevin spielen kommen darf und schickt mir dann noch dieses bild welches bild oh mag das ist nicht das richtige bild also darf ich jetzt kommen ja von mir aus na wieso schreien wir keine ahnung wieso bist du eine giraffe weiß ich nicht hahaha nein darf er nicht hehe was ist hehe bitteschön für eine antwort was soll ich mit ein hehe das ist kein ja und auch kein nein sehr erregend genau das gleiche bei dir was soll ich mit sehr erregend aber sicher blöschleid verpielen fuck alter was ist das lieber nicht nein hahaha was willst du wissen ob kevin spielen kommen darf verpiss dich ooooh darf er nicht nein hahaha klar nein also darf der kevin jetzt kommen oder nicht na gut na und das war schon das ist alles ein unentschieden dann habe ich die ganze scheiße hier umsonst gemacht als ob von 100 leuten nur 17 zurückgeschrieben haben sogar spongewub hat mich ignoriert ihr seid ihr ihr seid alle ihr seid alle unterste schublade wieso bin ich eine beleidigung aber jetzt mal ohne witz ein unentschieden ein unentschieden ok leute das war überraschend verhaltsam ich finde es aber so random oder ok ich guck mal ganz auf das erste video dazu ja heute machen wir nein wisst ihr was scheiß auf das intro darf der kevin bei mir spielen genau genau um dich geht es du hast mein scheiß leben ruiniert seit ungefähr einer woche tauchst du in jedem video von mir auf und fragst mich ob der scheiß kevin bei dir spielen kommen darf obwohl ich dich nichtmals kenne wer bist du was machst du hier wer ist kevin und wieso fragst du mich ob kevin bei dir spielen darf was habe ich damit zu tun er hat mich sehr erlebeln jetzt fragt ihr euch bestimmt wieso regst du dich so auf wenn eine katze ein paar mal fragt ob kevin spielen kommen darf ja 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 da habt ihr recht ein paar mal vor einer woche war es auch noch ein paar mal das wird mich relativ wenig jucken das ist ein spiel aber seit gestern ist die sache so komplett eskaliert einfach einfach meine youtube kommentare darf der kevin bei mir spielen kommen 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 Willst du, dass ich sauer werde? Nein, das will ich nicht. Darf der Kevin jetzt? Nein! Der Gustav bei mir spielen, Kevin. Welcher Gustav? Der Bruder von Kevin. Welcher Bruder von Kevin? Hat der einen Bruder? Hallo, ich bin Gustav. Du bist gut, du bist eine Mandarine. Willst du Kevin heute bei mir spielen, Kevin? Wow, 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 Mama, darf der Kevin zu mir spielen? Das ist er doch selbst. Ich krieg sogar schon Sprachnachrichten. Ich weiß es nicht. Das ist er selbst. Ja, das ist so die gleiche Stimme. Das hört ja gar nicht mehr auf. Wie lange willst du noch weiter warten? Darf der Kevin bei mir spielen? Stimme. Okay. Darf der Kevin bei mir spielen? Hallo, wirst du ein Blut, wo mein Blut umsinn wird? Stimmt, wie sieht Kevin überhaupt aus? Weiß das jemand? Schick mal das Bild. Lösch das! Lass mich nicht, ich bin Kevin. Du bist nicht Kevin, du bist ein Fuß. Es wurden sogar Instagram-Accounts gemacht. Ich verstehe das nicht. Willkommen zu mir spielen? Darf der Kevin jetzt bei mir spielen? Was sind das für Namen? Wer ist das? Wir sind hier meine besten Freund Kevin. Das ist Kevin? Du bist Kevin? Hallo, ich bin Kevin. Was laberst du? Ich verstehe dich nichtmals. Das hat er doch 100% komplett selber initiiert. Ja. Das ist schon unterhaltsam. Also, das muss man schon sagen. Ja, ich verstehe es halt nicht, ne? Also, nee, es ist halt lustig. Aber irgendwie ist es auch mad verstörend, wa? Ähm, ja. Gut, Leute. Empfehlungseleiste voll habt mit solchen Sachen. Moment, ich glaube, das kenne ich sogar schon. Jeden Tag werden so 2000 Tonnen sogenannte Taubenscheiße aus dem Gebirge geholt. Fäkalien steigen als Schaum in die Oberfläche. Eine rosame Mözedur. Aus einem Kilo Dünnschiss erhält man gerade mal 4 Gramm Wolfram. Ha! Gar nicht! Ha! Gar nicht! Ha! 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 Liebe Zuschauer, meinen jetzigen Gast, den sieht man nicht. Ha! Ha! Sprecher, Sänger, Sprenger, Sächer, Kinderkicker, Songwriter, Sprenger, Sächer, Kinderkicker, Songwriter, Sprengsch, Säß, Halsmaul. Herzlich Willkommen Wolfram Eicke. Wolfram? Moin 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 Moin. Was ist denn momentan deine Spezialstrecke? Wer hat denn im Chat bitte ein Axel-Foss-Emote, Alter? Das gibt alles als Sticker mittlerweile. Ja, das ist aber halt, das ist halt ein Twitch-Emotes, also ich hab hier auch meine eigenen Emotes, hier diese hier alle, zum Beispiel hier, Revi muss los, ne, ganz wichtig. Ähm, aber Axel Faust, okay, die kenn ich schon, Leute, die kenn ich schon, die kann ich mir nicht reinziehen, ich muss, ich muss eine sehen, die ich noch nicht kenne. Die ist auch nicht, das ist nicht so krass gewesen. Die Unterwasserarchäologen sind tot. Ja, die ist auf jeden Fall, die ist sehr stark, die ist sehr stark, aber die kenn ich auch schon, ja. Irgendwie hat die YouTube-Kackessähne ein bisschen nachgelassen, ja, die von Thomas kenn ich auch schon tatsächlich.